In 700 Metern wird Kreiskanier an der zweiten Auszahl verlassen. Awee, so kürz. In 200 Metern werden Kreiskanier an der zweiten Auszahl verlassen. Augejagung, Helmunga, Konniweiter, Volk. Den Kreiskanier an der zweiten Auszahl verlassen. Das wundert einen natürlich nicht. Das ist überall Pizzerien und sowas ganz hoch vergeben. Und hier ist alles wegzubekommen. In 600 Metern werden wir an der dritten Auszahl verlassen. Ich denke mal da, wie jeder sich versucht, ein neues Land zu gewinnen. Absolut, Schärfstilien. Die Pizzerien drüber. Und auch fällig auf. Das ist hergegeben. In 300 Metern den Kreiskanier an der dritten Auszahl verlassen. Augejagd-Seilbahn. Noch ein bisschen nach dem Jahr gleich noch in Deutschland gebracht. Den weiß man mehr an der dritten Auszahl verlassen. Aber hier kannst du dich ja nicht mehr entwickeln. Das ist einfach... Das Land ist verbraucht. Das ist ja schön. Das wirst du hier noch los machen. Alles verbraucht. Irgendwelche Orten. Die 900 Metern werden die Kreiskanier an der zweiten Auszahl verlassen. Und zum Beispiel hier. Die Kohli-Deckel. Da würde ich ja auch lieber auswandern als hinter jeder. Und in ein Land einwandern. Obwohl die Kohli-Deckel schon gleich vernünftig sind. Und... Bevor ich die selber... Höher setze. Das muss passen. Da braucht man sich selber ärgern. Dann kann ich doch gleich das... Richtige Land auszuholen. Wo alles schon perfekt ist. In 300 Metern den Kreiskanier an der zweiten Auszahl verlassen. Auf die AG Joseppe Verdi weiter folgen. Die ganze Struktur hier ist so krass. Auf Anhieb. Wir sind ja erst den zweiten Tag wieder hier. Im... Frühjahr war ich drei Tage in Italien. Da habe ich das natürlich auch schon gesehen. Mal in Trieste und sowas. Weiland. Weiland noch nicht. Weiland. Weiland noch nicht. Weiland noch nicht. Weiland noch nicht. Weiland noch nicht. Wir sind ja auch schon. Aber hier siehst du es auch wieder alles. Wir sind ja auch. Genau. Weiland noch nicht. Den Preis würden wir an der zweiten Auszahl verlassen. In 300 Metern werden die Weißkanier an der zweiten Auszahl verlassen. Auch die AG Joseppe Verdi weiter. In 500 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Auszahl verlassen. In 500 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Auszahl verlassen. Auch die AG Joseppe Verdi weiter. In 500 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Auszahl verlassen. Die AG Joseppe Verdi weiter. Wir sind ja auch schon. Also, da haben wir eine... Okay. Den Preis wird wir an der zweiten Ausfahrt verlassen. Den Preis wird wir an der zweiten Ausfahrt verlassen. Den Preis wird wir an der zweiten Ausfahrt verlassen. Den Preis wird wir an der zweiten Ausfahrt verlassen. Den Preis wird wir an der zweiten Ausfahrt verlassen. Den Preis wird wir an der zweiten Ausfahrt verlassen. Den Preis wird an der zweiten Ausfahrt verlassen. Den Preis wird an der zweiten Ausfahrt verlassen. Der Preis wird an der zweiten Ausfahrt verlassen. Der Preis wird an der zweiten Ausfahrt verlassen. Das ist Bella Italia mit seinen Straßen. Aber das eigene Land haben wir nicht in Ordnung, Bürgersteig gefähig und dann fahre ich erst los. Die Straße rechts abbiegen, Bürgersteig gefähig und aufgehakt, dann wird alles. 200 Meter nur am Ende der Straße rechts abbiegen, auch hier an Lorenzini. Dann wird erst eine zweite Auszeit nehmen. Jeder macht das anders. Sie fahren in die Welt und machen ihre Geschäfte dahin. Pizzerien und was ihr auch noch weiß, hier. Aber ich zeige mir an, wie wir an der ersten Ausfahrt verlassen. Wir werden doch noch sehr viel von sehen, wenn wir den Glück haben, kommt auch noch ein bisschen abzuziehen. Nicht hartisch und schlimm ist wieder schon hier im Norden von Italien. So schlecht ist wirklich Spaß. Wie soll er denn der Bus noch oben schreien? Wie geht denn jetzt hier? 300 Meter Nennpreis wird hier an der ersten Ausfahrt verlassen. Auch in ihrer CSR-Wahrt testiert. Das sind ja auch die Gebäude, wo wir dann auch nix hergehen. Denfalls werden wir an der ersten Ausfahrt verlassen. 200 Meter in Kreisbandwehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. In 50 Metern halbwegs. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Wie soll das denn hinfügen? Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen.